Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video für Security Insider. In diesem Video zeige ich Ihnen die Möglichkeiten, die Sie mit OneDrive und OneDrive for Business haben, um Daten zu teilen oder Daten in OneDrive for Business zu sichern. Ich habe jetzt hier auf diesem Rechner eine Batch-Datei geöffnet, mit der ich zum Beispiel meine Daten in die verschiedenen OneDrive-Ordner sichern lasse. Ich kann jetzt hier mit RoboCopy lokale Verzeichnisse, die ich sichern möchte, auf die Synchronisierungsverzeichnisse von OneDrive kopieren lassen. Das Ganze sehen Sie im Explorer, wenn Sie sich das X-Laufwerk anzeigen lassen. Hier sind die beiden OneDrive-Verzeichnisse. Das hier ist OneDrive for Business. Hier handelt es sich um OneDrive, die kostenlose Version. Im Client sehen Sie das, wenn Sie mit der Maus darüber fahren, ist die Version für Office 365, also OneDrive for Business, mit der Bezeichnung OneDrive und dann den Namen zu sehen. Die kostenlose Version beträgt die Bezeichnung OneDrive persönlich. OneDrive persönlich ist also hier dieses Verzeichnis und diese Daten hier werden entsprechend mit OneDrive synchronisiert. Meine OneDrive for Business-Dateien sind diese hier. Und mit dieser Batch-Datei, die ich starten kann, werden nicht nur Daten auf meinem NAS gesichert oder auf der externen Festplatte, sondern zusätzlich eben auch auf die verschiedenen Verzeichnisse. Hier in diesem Beispiel hauptsächlich in OneDrive for Business. Durch das Kopieren dieses Verzeichnis werden dann wiederum die Clients dazu veranlasst, die Daten mit OneDrive zu synchronisieren. Sie können sich das über das Kontextmenü auch jeweils anzeigen, indem Sie Online-Anzeigen auswählen. In diesem Beispiel wird dann der entsprechende Client aufgerufen, hier OneDrive for Business. Und nachdem Sie sich dann am Client angemeldet haben, sehen Sie eben im Web-Client die einzelnen Daten. Und wenn Sie jetzt hier Daten zum Beispiel teilen möchten mit anderen Anwendern, klicken Sie die Datei oder den Ordner entsprechend an und wählen über das Kontextmenü die Option teilen, können jetzt hier mit Link kopieren, entweder einen Link auswählen. Wenn Sie diesen Link jetzt hier verwenden, könnten Sie eine neue E-Mail öffnen, die E-Mail an den entsprechenden Empfänger senden und dieser Empfänger kann über diesen Link jetzt auf die Datei zugreifen und zwar nur auf diese Datei, die ich freigegeben habe. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit der kostenlosen Version von OneDrive. Hier bin ich bereits mit OneDrive verbunden und hier und können hier jetzt also auch Dokumente teilen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Film hier teilen möchte, kann ich hier über das Kontextmenü ebenfalls Teilen auswählen. Ich kann jetzt hier direkt eine E-Mail erstellen lassen oder einen Teillink. Auch diesen Link kann ich jetzt kopieren und in eine E-Mail kopieren. Die E-Mail versende ich an den Empfänger und dieser kann dann nur auf diese Datei zugreifen, nicht auf die anderen Dateien. Sie können hier mit der Option Mehr natürlich auch noch auf anderen Medien teilen. Sie können hier ein Ablaufdatum festlegen, wenn das Teil nur eine gewisse Zeit funktionieren soll. Sie können also schnell und einfach mit OneDrive und OneDrive for Business nicht nur Dokumente sichern und Ihre Daten sichern, sondern auch Dokumente teilen. Wenn Sie OneDrive wiederum auf verschiedenen Rechnern einsetzen, können Sie in den Einstellungen des Clients Anpassungen vornehmen. Sie können zum Beispiel festlegen, welche Ordner möchten Sie denn mit diesem Rechner hier synchronisieren. Ich möchte hier mit diesem Rechner alle Dateien synchronisieren, könnte aber zum Beispiel auf meinem Notebook jetzt nur meine Dokumente synchronisieren lassen und mir dadurch einiges an Speicherplatz ersparen. OneDrive und OneDrive for Business kann also mit der Installation eines einzelnen Clients, der in Windows 10 auch schon bereits integriert ist, schnell und einfach als Datensicherungsmedium dienen und Sie können mit den verschiedenen Einstellungen exakt festlegen, wie sollen die Updates ablaufen, wie soll OneDrive gestartet werden. Sie können die Dateien entweder in Ihr lokales Synchronisierungsverzeichnis manuell kopieren, Sie können eine Batch-Datei verwenden, so wie ich hier und in der Batch-Datei entsprechend die Befehle hinterlegen. OneDrive ist also sehr flexibel, wenn es darum geht, Dateien zu teilen, Dateien hochzuladen, entweder über die Synchronisierungs-Clients, über das manuelle Kopieren in die lokalen Verzeichnisse der Synchronisierungs-Clients oder durch das Uploaden über den Web-Client. Sie können eine Batch-Datei verwenden und Sie können Dateien teilen oder eben auch nicht und können auch relativ problemlos das Ganze als Datensicherungsziel nutzen. Wenn Sie Cloud-Speichern generell nicht trauen, haben Sie die Möglichkeit, mit Tools wie Boxcryptor die Daten im Cloud-Speicher zu verschlüsseln, sodass auf die verschlüsselten Dateien nur eben der entsprechende Anwender zugreifen kann. Das Ganze verkompliziert zwar die Verwendung der Daten, dafür haben Geheimdienste oder eben andere Angreifer keinen Zugriff auf OneDrive und die Daten. Die Möglichkeiten, die Sie mit OneDrive haben, sind also insofern vor allem dann interessant, wenn Sie auch mobil arbeiten, dass Sie zum Beispiel Ihre wichtigsten Daten mit einer Batch-Datei sichern lassen können. Die Dateien werden dann entsprechend synchronisiert und Sie können eben auf anderen Rechnern, zum Beispiel auf einem Notebook, festlegen, welche Verzeichnisse sollen denn jetzt genau auf diesem einzelnen Rechner synchronisiert werden und können explizit auswählen, was möchten Sie denn gerne alles synchronisieren und haben dann jeweils auf den Rechnern, auf denen Sie OneDrive nutzen, genau die Daten zur Verfügung, die Sie nutzen möchten. Zusätzlich können Sie natürlich auch mit dem OneDrive Client für Android, für Windows 10 für Mobile und natürlich auch mit iOS auf die Daten zugreifen und dadurch auch mit Tablets oder mit Smartphone mit den OneDrive Daten arbeiten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Möglichkeiten von OneDrive und OneDrive for Business etwas näher bringen und Sie schauen sich auch die anderen interessanten Filme im YouTube-Kanal von Security Insider an. ?